Wann das Kind kommt, in acht Wochen. Ja, geht es anders rum, meine lieben Freunde. Da warst du es erstmal mit permanent online. Gut, permanent kannst du eh nicht sein, aber mit ersten Mal mit online. Wird mal Zeit, dass du so einen Marathon mal mitmachst. Obwohl, nein, da bist du schon seltsam dafür. Das stimmt. Wurde dich so einen 24 Stunden Marathon halten? Was muss ich machen? Wurde dich so einen 24 Stunden Livestream aushalten? 24 Stunden? Ja. 24 Stunden, okay. Wow! Wow! Ich denke mal, 48 Stunden wird es kritisch. Wow! Wow! Geil! Die Lecks waren gerade etwas episch. Sagt gut aus und ich habe keine Ahnung, wo ich hier mähen sollte. Es gibt eine Sorgen-Sacker. Ach ja, hier geht es wieder. Na ja, ist ja gut. Gut zu wissen. So! Hm, das ist ja nicht mehr fertig. Oh, bei mir ist gerade das Stream abgekackt. Mhm. Wie das? Hallo! Das ist immer wieder. Das Stream war kurz weg. I don't know warum. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Stream ist mal kurz, äh, weg gewesen. Könnte aber sein, dass das äh... äh... Willst du nehmen wir noch hoch? Nö! Dann... Und nichts mehr. Warte noch mal ganz kurz. Guck dir das doch mal an hier. Kannst du mir mal erzählen, wie die Wiese hier verläuft? Ist komisch, ich weiß. Siehst du das? ja auch einfach mal drüber weil irgendwie so wirklich ein grund muss es doch hier ja geben oder es halt nicht richtig definiert weil wie gesagt alles was die wiese zu außerhalb ist so am straßenrand die kannst du halt nicht mehr das ist halt das komische bin immer gespannt wegen hat es gerade auch so dick geleckt ist können auch ein reconnect vom rotor gewesen sein die uhrzeit wie spät haben wir es denn jetzt wir haben es jetzt 18 uhr so 36 um die drehen grüße aus eidenburg zurück jonas den harvester ls ja den finde ich ganz cool eigentlich ich bin echt gespannt wie das ich dann auch spielen lässt das wird sehr interessant werden meine lieben freunde das wird interessant allgemein wie die die forstwirtschaft da gehalten haben das sowieso ja ob es besser ist wie der mod oder wie es die modder gemacht haben oder ob es gleichwertig ist oder nicht ich denke mal so was die möglichkeiten angeht ich glaube da liegt aber trotzdem weiter vorne ja aber das ist komisch mit dem wiese mähen hier ich dachte eigentlich dass wir die ganze wiese das letzte mal gemäht haben hast du schon einmal voll ich habe schon einmal voll vor gerade richtung vorderdings da super würde ich mit lenkrad spielen ich mag keinen traktor fahren mit lenkrad ich habe es noch nicht ausprobiert guten fährt ja mit mit lenkrad da hat sich aber mittlerweile dran gewöhnt aber wäre es für mich nicht ich muss es auch nicht haben lenkrad da will ich rennspiele spielen so richtig wo ich auch am lenkrad rumreisen kann links rechts und so weiter jeder pensier ein beim lenken ja gut du kannst ja das vorst feedback aktivieren dass du halt widerstand im lenkrad das aber ls ist meiner meinung aber ich glaube ls ist halt auch nicht auf sowas auf lenkrad halt ausgelegt ich meine gute basteln ja nur ihr eigenes ls 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 480 euro wenn es nicht so viel kosten wird bin ich auch mal sehr gespannt was das für funktion bietet dass es den preis rechtfertigt aber ja also dass wir den stream für ls 15 machen wenn es rauskommt das steht schon fest wann da genau sein wird wissen wir nicht wann was ist das für ein tag wenn ls 15 kommt das ist freitag oder 3 ist der dreißigste kommt raus nicht nur ein dreißigste ist feiertag also der darf danach ist feiertag und am 31 ist feiertag ne machen wir gleich am 31 wahrscheinlich eher am 30 oder wenn er rauskommt ich weiß nicht wie das mit anderen projekten aussieht wie wir die aufnehmen aber die müssen auch relativ zeitnah aufgenommen werden und veröffentlicht werden naja also spätestens am 31 wird dann die erste folge kommt zum zum landwirtschaftssimulator wenn ich sogar schon am 30 wenn ich sogar schon am 30 und ja stream wird am 30 oder 31 10 auf jeden fall stattfinden ja das wird auf jeden fall so lustig da freue ich mich schon drauf da freue ich mich schon drauf moin du bist wo ist nur bus bei mir was hallo bus lubikus hallo mars 31 breitag ja ja ich denke mal da könnte ein dreißigste könnte da das küm kommen und da halt wie gesagt vielleicht schon donnerstag oder vielleicht erst samstag oder war ich jetzt erschrecken erschrecken komm ich da hinten auch durch aber versuchen es einfach mal ernsthaft jetzt jens das ist krass dankeschön jetzt bin ich gerade ein bisschen geflasht jens hat mir gerade 45 euro donated nicht schlecht erspricht vielen 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 dank jens 45 euro bist du wahnsinn nicht was ist los mit dir alter und das ist nichts warmes lupus sagst du mal da soll ja drüben nicht so rum spammt mal da hat er nachschöfen wer der sam hier bei bc t ist alter ich das connecte klein wie so ein gas kind wo denn bei bc drehen ist doch sackgang doch geht doch vom tss runter wenn du streamst mann regst du dich auf ey ja ne es gibt dich vorm sonst aufnahmechannels na muss ja auch nicht auf 10 tss sein bin doch auf 10 du klon vielen dank nochmal für die donation krass ey warum schlägst du mich das verdient hast weib gina und marisch aufs maul hat er mal verdient ich will hopfen blüten tee du hast geschwappert na holen lappen nicht immer hauen klar schlag marisch in der fresse bitte zeichnet das auf ja feuer zu nerrand soll marisch aufs maul kriechen der affe warum hast du mir nicht was warmes gemacht und was machst du jetzt bist du zum geburtstag buffet fressen oder was was ne kürbissuppe es gibt nur körbissuppe zum geburtstag was ist das für ein scheiß geburtstag bc ist black color related das ist eine multi gaming community weißt du bescheid man oder gibt einfach mal ein chat ausrufezeichen bc ist ein ich glaube wirklich nichts ja ich kenne den klolen das ist mit den man was ist dann wie lange bleibt nur gewann moment 18,41 Uhr. Gut, das hat jemand gelöscht, war nicht mehr gerade im Befehl. Keine Minuten später! Hör auf mich immer zu schlagen, verdammter Mann! Guter Befehl funktioniert nicht mehr. Schade drum. Hör jetzt auf! Da muss ich mich mal bei dem beschweren, der diesen komischen Podat jedes Mal einstellt. Das wissen wir jetzt auch noch nicht. Wir wissen noch nicht mal, wie das mit Alice 15 überhaupt abläuft, wie es technisch ist. Information wird es dann geben, wenn es die gibt. So, ja, ihr habt es gesehen, also ich werde geschlagen von meiner Freundin. Auch mein Befehl. Und das sogar öffentlich mittlerweile. So, was gibt es zu essen? Wo fangen wir an? Nun, es gibt was Gesundes natürlich. Und zwar gibt es einen... Hoppala. Oh, Jens, ey. Ey, du bist voll verrückt, ey. 45 Euro. Frank. Wahnsinn, ey. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal. So, es gibt einen Teller mit Äpfeln, ne? Die müssen bestimmt weg, deswegen kriege ich die jetzt. Dann gibt es einen Tee. Hier, wenn man das sehen könnte. Ja, es ist heiß, übrigens. Au. Dann gibt es aus der guten alten Oma Schüssel. Gibt es noch Tomaten-Morzada oder Tomaten-Tetakäse hier mit Balsamico. Sehr lecker. I love Balsamico. Oh, die Laura ist auch da. Hallo, Laura. Mein Bot. Ach, mein Bot, mein Mot. Und dann gibt es hier noch Brot. Ja, beliebtes Brot. So. Voll. Und dazu gibt es aber noch eine Schüssel mit frisch geschnippelten Zwiebeln, die ich auf das Brot legen kann. So, das ist mein Abendbrot heute. Naja, es ist ja nicht so schlecht. Es reicht ja auf jeden Fall. Ist nichts Warmes. Aber man muss auch nicht immer warm essen, sonst wird die Wampel zu weg, ne? Tee mit Schuss, ja. Der Cee ist irrisch, genau. Ah, ich bin schon länger da, Laura. Oh, hab mich gar nicht gemerkt. Hast du nichts im Chat geschrieben. So, Renny, was machst du jetzt hier gerade? Nö, ich denke mal so das, was ich machen soll, ne? Kross aufsammeln. Wo denn? Immer noch auf der Riese. So, warte mal, ich muss zurückfahren hier. Maxi, Brot schreibt man aber anders. Das schreibst du bitte jetzt nochmal in den Chat. Brot. OOT. Also, sag mal. Also, könntest du den Leuten vielleicht mal erklären, warum du Rabi heisst? Und mal ein bisschen ausführlicher als wie ja der PC ist. So, warum ist dein PC Rabi? Ja, ja. Warum mich Rabi heisst? Beziehungsweise, warum hast du dein PC Rabi genannt? Würde mich ja wirklich ohne Scheiß mal interessieren. Ich habe meinen PC Rabi genannt. Sondern deine Schnecke oder was? Nein, äh, mein, äh, IT-Fuzzi. Ah ja. Mein IT-Friend. Zu dem ich immer gehe, wenn irgendwas ist. Beziehungsweise halt auch so mal gehe, wenn nichts ist, weil wir halt befreundet sind. Hm. Ja, und der hat, äh, der sagt, ich bin ein Rabi. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Da fehlt auch noch den Mitzern der Bart. Moment. Jetzt sucht er sich den Fake Bart wieder raus. Irgendwann hat er ihn ja gehabt. Ja. Was ist der Bart? Mh. Soll ich ihn aufsetzen oder was? Den Bart? Ey, da fällt dann noch dieser schöne Hut. Den habe ich aber auch hier. Warte mal, wo stelle ich denn das Teil jetzt hin? Du hast den Wasserhut doch eben, was hast du doch eben noch alles? Was denn für ein Wasserhut? Alter, warte mal, wir sind jetzt hier aus dem, ich bin hier aus dem Kontext gerissen worden, als mich meine Freundin geschlagen hat. So. Jetzt, worum geht's? Was ist mit einem, was für ein Hut jetzt? Naja, du hast gerade ja so schön erklärt, warum dein PC Rabi heißt. Ja, also mein Kumpel hat quasi den Rabi genannt, weil er sagt, dass ich ein alter Rabi bin. Da habe ich daraufhin gesagt, da fehlt ja jetzt nur noch der Bart und dieser Wasserhut. Ja, den Bart hätte ich da. Was ist denn ein Wasserhut, bitte? Also, ich weiß nicht, wie das richtig oder vielleicht auch politisch korrekt ist. Diese Wasserhüte hier, diese kleinen Dinger, die du da hinten auf dem Kopf drauf haust. Oh, jetzt wollen sie wieder alle den Bart und die Laura sagt, der Bart macht mich unglaublich sexy. Oh, dieser Bart, der macht mich garusel. Ich weiß nicht, wie das Gelände da ist. Laura, was krieg ich denn als Gegenleistung, wenn ich den Bart jetzt... Los, genau, meine lieben Zuschauer, machen wir es doch mal anders. Ihr wollt, dass ich mich hier äh... äh... Jetzt habe ich den Satzbau falsch angefangen. Hallöchen, Winter, Hallöchen. Dann... Hallöchen, Radl. Was krieg ich? Hä? Was krieg ich dafür? Fahr aufs Maul. Fahr aufs Maul? Hans Paul, Junge. Ne, komm, macht Angebote, macht Angebote. Was macht ihr für mich, wenn ich den Bart aufsetze, meine lieben Freunde? Mach mal hier ein Deal, Deal or no Deal. Auslagen, schreibt Auslagen in den Chat. Ja, Laura, du kannst ruhig auch was in den Chat schreiben, was du dann machst. Entschuldigung. So, ähm, ja. Hat noch die schwankere Freundin da und jetzt mit dem Bad geflirtet. Darüber sprechen wir lieber im Privaten. Ohohohohooo. Haha.